Wer will mit mir laufen? Oh mein Gott! Hast du jetzt an, oder was? Oh mein Kuh, ne, kein Bock, eine Fortuna hat kein Bock. Äh, ne. Everything has an expiration date. MF nennt man auch jemand an. Motherfucker! Genau! Gut. Gangplank wollte doch, ist geil. Hä? Wirkst hier ein Teleport. Hä? Okay, einmal Heal und Teleport. Du hast Heal und Teleport. Ja, ich wollte gerade die Heal und Teleport einsetzen bei den Firmen. Muhahaha, Böse. Muhahaha! Geh mal vor. So schlimm ist doch, die Teleport nicht. Naja. Oh, oh! Oh, oh! Eigentlich müssen wir auch mal einen Tog zu spielen. Oh! Äh, dein Geist ist da geslitzend. Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Fick dich schön! Oh, ähm, Kuh! Wow! So war das mal getroffen. Ich bin stolz auf dich. Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm, Kuh! Oh, ähm! Die Wämmung sind noch gar nicht drin, ne? Nö, wir kommen gleich drauf. 1. Destination Wenn Wayne denkt, wo er sich die drüben ist, nur wollte er an der Welt kommen. Rennen, 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 rennen. Oh Gott. Das war einfach nur... Oh, oh. Oh, beide haben weniger. Ach, das kriegt die beide nicht. Der Bruiser ist in der Mitte. Ah, jetzt hätte ich mich gefreut, wenn der Kling gespielt hätte. Motherfucker, in der Mitte. MF in der Mitte, gut. Nein, das ist jetzt... ...mit Gankplank. Mit Gangbang. Mit Gangbang. Gut, Gank. Embrace the inevitable. first blood mach ich jetzt muss wer mit dem hund rausgehen oh au 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 das war knapp oh sie müssten mit dir denken kommen uhahaha schade oh sie gesteelt ich wollte grad sagen irgendwas stimmt da nicht f*** dich weg irgendwie fieden die uns oder irgendwie was kommt da noch joh weg was das geht Life slips away. Ah shit! Ich brenne! Ich hätte doch Zeit gehen wollen. Warum? So, ein Robo auch kann das erst an. Das ist ja... Das ist eh euer Winner. Ah, hier ist irgendwie... Ah, okay. Ah, okay. Jetzt weiß ich SS. Aha. Ich bin schon tot, aber trotzdem SS. Ich weiß, dass du noch da bist. Ich bin böse. Sie ist auch schwach. Aber ich bin ja am überlegen, ob ich mir später... Ich bin doch traurig, der in der Ulti war. Ich bin doch traurig, der in der Ulti war. der in der Ulti war. Ah, ich bin gestorben. Oh, ich bin ja so. Und das ist gut. Und das ist gut. Oh, ein guter Game. So, jetzt bin ich wieder bereit. Ich weiß nicht warum sie es getan haben. Ah, der Disconnect. Ah, der Disconnect. Drauf Feuer. Na komm. Ah, oder andetschen. Nein, andetschen. Jawohl. Wie meinen in Fragezeichen? Noob Minions! Und jetzt ist er so gut da. Das ist zu geil. Die Minions. Noob Minions! Aus der... Aus der Achsel. Oha, Achsel. Ja, nicht nur aus der Achsel. Würde den F.T.A. töten? Echt, du packst den. Hallo, ich bin in Kingdom Hearts gestorben. Ich bin ein Held. Ja. Ich hab... oh nee, ich hab Sora gerettet. Das war ein Fehler. Ja. Wollte ich keine Ulti drauf machen, nur wenn du das in der Hand hast? Hm? Oh cool. Ja. Eigentlich könnte sie sich ja mehr... ...zauberer sind... ...mit der Ulti rein. Für den! Renn rein! Nein! Wollte die Ablegenzeiten überhaupt noch mal? Äh, gehen die Ablegenzeiten weg oder was? Okay, dann kann ich ja sofort wieder lasern. Ja. Das ist auch fast ich kann. Fuck, yes. Jetzt überlegt. Das ist auch fast ich kann. Das ist auch fast ich kann. Das ist auch fast ich kann. Ich kann nicht auf... 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 aufdenken. Also hier ist es lustig. Mir gefällt es hier. Es ist ein Lasermagnet. Laser, Laser, Laser... ...muss reinrennen. So das Motto heißt. Funkel, Funkel. Glitzer, Glitzer. Okay. Klatsch. Embrace the inevitable. Na komm. Ich kann nicht noch mal weglasern, wenn ich den Team her festhalte. Na verdammt. Ich schon. Soll ich mal richtig fies sein? Was hast du gesagt? Genutzt. Genutzt. Ah, Turm, Turm! Ah! Wie ist das? Mein Gott, Turm attackiert mehr. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Vielleicht sowieso ein paar Sekunden wieder belebt. Ich würde mir einfach mal meine V-Mox kaufen. Ich kann nicht fordern. Ich bin nicht weitläuert. Du记st, dass du am cambiohlar dich nicht zurückkriegen wirst. Nein, 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 nein ... Nein, nein, nein ... Ach, nach 12 Sekunden dann kontrolliere ich dich wieder weg mit Laser! Eh, wer ... Schugar? Oh Gott. Wenn ich noch einmal jemals einen Stunnen könnte, das wäre nett. Ach schade. Soll ich mal mein Ultra reinhauen? Ach so! er geht nicht dann rausgerannt nach dem 3er spur also mir gefällt es hier oben mir geht es gut muss aber unten für die ist es anders für die ist die längste ich muss den rennen ich war zu alles weg Also 2% auf, warte ich will nicht wegballern und festschalten bei niemanden War mein Kumpi Das gibt es nicht wahr Ja Ich muss mal aufpassen Ich muss mal aufpassen Freilich Geht's Na ja mal los Ja Und alle haben... boah... Böse, ich musste da durchwarten Hallo, ich bin eine Kumpi Hallo, ich bin eine Kumpi Ich bin eine Kumpi, hallo Hi, wie geht's dir tot? Tja, komm mal aus China und ich bin eine Kumpi Ja, aber eine Billig-Kumpi Ach, das ist mir ein leichtes zu suchen Wow, das trifft mich auch so dermaßen von hier Oh, ja Oh, ja Oh, cool Oh, Mann Wie machen wir das, die Arme Die Arme Schlepp Die Lebensmittelraße Oh, die Musik Oh, auch gut Ah Ich mach dir jetzt voll nach Ah Ah Ich sag doch Ich bin voll dabei hier So Ich hab mehr Laufgeschwindigkeit Los, überhol sie Äh, ihn Er ist jetzt Das zählt nicht Ich nehm ne Abkürzung Das ist das Gift, was ich offer Ah Ich fäll Und treff Der Milieu ist voll daneben Yeaaaah, ja, ist geil Tod Die holen wir uns! Los! Zu dritt! Ja! Du da, Alter! Ey! Hier ist jeder! Das heißt ohne Gleichen. Loll! Ach genau, weil die in meine Ulti gelaufen ist! Und die am Turm gestorben ist! Oh shit! Oh, Halt! 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 Um, Halt! Um, Halt! Um, Halt! Oh, Halt! Halt! Um, Halt! Oh, Halt! Oh, Halt! Ich hab viel zu wenig Leben! Ich sterbe so schnell! Ja! Merk, Mann! Danke, dass ihr wegrennt! Ich greif den ganzen Schettel! Ich greife den ganzen Schettel! Ich hab einen Rotz! Der geht ja auch auf Magie! Ähm... Ich geh mal weg! Kann ich in den Jungle! Oh, mein Gott! Der ist reint! Oh, mein Gott! 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 Yay! Denk, Mann, Speedball! Let's! Ich bin genauso schnell wie du! Oh nein! Geht nicht! Du hast noch ein bisschen mehr! Ja! Der ist jetzt nicht ernsthaft zurück, oder? Ja! So! Du brauchst meine Services! Ähm! Ich brauch noch nichts zu! Ich brauch noch nichts zu! Du brauchst meine Services! Geister, Geister, Weißbrot Weißbrot Wölfe, Wölfe BAM in your face Konkornbrot Ich taude jetzt mit meiner Ulti Ab wie? Scheiße Ich stun einen davon und du belst sie voll weg Au Geht nicht, bin so weit weg, sorry Aber der ist rausgeblitzt Aber der eine Romo nicht Oh, du killst ihn ja Das war aus Versehen Das machst du immer mit Absicht Ich wollte eigentlich einen Stun, was macht ihr? Die hauen dir so grundsach. Also, nur wenn ich Laser mache, das ist ein Absicht. Man. Ich bin auf der anderen Seite. Ah, wir kommen voran. Yeah. Hä? Was? Fülle, die andere ist. Ja, ich sehe was. Der hat zu reden. Warte, ich sehe es nicht. No. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Aua. Schlampe, au, 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 au. Hilde, cool. Ich renne weg. Schlampe. Lauf, du meinte, ja. Und ich laser sie weg. Und längst weg. Lauf. Jawohl. Voll geklaut. War doch deiner. Ja. Ich weiß. Galio. 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 Hallo, Galio. Fail ulti. Äh, nein, wir haben sie getötet. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sind die bei den Afg. oder was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ganz schön, ja. Ja, deine Mutter. Was denkst du nicht, dass du meistens kommst? Wie, dass meine Mutter macht mit der Luft? Hm, wieso renne ich da einfach hin? Du nennst mich, OP. Deine Mutter. Ich kann dir erst aus Langeweile Laser zu dem feuern. Geh, ich kriege doch unbeziehbar. Geh, ich kriege doch gerade noch ein Ding. Geh, ich kriege doch nur, wenn ich das nicht erst hier haben. Geh, ich kriege doch nur, wenn ich dann im Stier. Nies. Es ist nur eine destination. Ach so, nur. Geh, ich kriege den, mich. Geh, ich kriege den, mich. Geh, ich kriege den! Geh, ich kriege den. Nein, hab ich gespottet Wer ihn stun und ihn kaputt hat? Okay Ich renne nicht hinterher! Sollen wir mal da meine Uhr drehen Nein, ich ist... Hau ihn kaputt! Hab doch gesagt, hau ihn kaputt! Wer klaut noch mal in Türme? Wie ein Arsch da! Das Lächste! Ey, das Lächste mit Auto-Attack! Klaut Türme, ist klar Ich bin wieder Komm, ich tippe euch selbst! Steh auf! Wie jetzt, ich rechte gegen den Lächsten! Der Lächste! Over Victory! Volltitter.